Hürt liegt im Herzen des Rheinlands. Vor den Toren der Großstadt Köln fühlen sich viele Menschen wohl und die Hürterinnen und Hürter zeichnen sich durch große Lebensfreude und eine besondere Aufgeschlossenheit aus. Das macht unsere Stadt aus. Aber auch der Wirtschaftsmix, der in unserer Stadt vorhanden ist, ist Teil der Anziehungskraft unserer Stadt. Früher war die Landwirtschaft prägend im Gebiet unserer zwölf Stadtteile. Auch die Braunkohle hat über viele Jahre eine große Rolle gespielt. Heute zeichnet sich Hürt durch einen gesunden Branchenmix aus, der durch die chemische Industrie, durch die Medienwirtschaft und durch viele Betriebe im IT- oder Dienstleistungsbereich gekennzeichnet ist. Für Familien und Unternehmen ist unsere Stadt attraktiv, weil sie vielfältige Angebote bietet. Ob das im Bereich der Kinderbetreuung ist oder im Bereich der Bildungsangebote. Wir haben mit dem Otto-Meichler-See und den rekultivierten Flächen, den Grünzonen, auch im Bereich der Freizeit- und Naherholungsangebote Ziele, die für viele Familien interessant sind. In Hürt kann man sich wohlfühlen. Ich lade Sie ein, sich hiervon ein Bild zu machen. Sie fragen mich nach Hürt? Na, da hoffe ich, dass Sie viel Zeit mitgebracht haben. Seit 1993 produzieren wir hier in den Nobeo Studios Formate, die die ganze Welt kennt. Es ging sicherlich los mit Hans Meiser oder Big Brother. Die ersten drei Staffeln sind hier produziert worden. Oder auch Richterin Barbara Saalecht, Günther Jauch und Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger. Fern TV und Wer wird Millionär wöchentlich ausstrahlen. Hier in Hürt bei der Nobeo in unseren Fernsehstudios. Kommen Sie einfach mal vorbei. Hallo, ich bin Sven Welter von den Verweihern und wir stehen hier direkt gerade vorm Rathaus, wo ich zu meinem Abi-Ball gegangen bin. Ich sehe da vorne St. Severin, da bin ich zur Kinderkommunion gegangen. Also man kann kurz sagen, ich bin der Hürter Junge. Im Hintergrund sehen wir noch den Kölner Dom. Und Verweiher singen, Heimat ist, ja, das ist Heimat. Die Zukunft unserer Gesellschaft liegt in der Bildung unserer Kinder. Die Stadt Hürt hält hier ein vielfältiges Angebot vor. Von Grundschulen, Hauptschule, Realschule, Gymnasien und Gesamtschule. Leben retten hat viele Facetten. Die Feuerwehr Hürt ist für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Für uns als Chemielogistiker ist Hürt der ideale Standort. Einerseits wegen der Nähe zur nordrhein-westfälischen Chemieindustrie. Andererseits wegen des direkten Zugangs zu den für uns wichtigen Verkehrsträgern Straße und Schiene. So erreichen wir von hier und von unseren anderen Standorten für unsere Kunden Ziele in ganz Europa. Hier am Standort Knapsack machen Menschen Chemie für Menschen. Und darauf sind wir stolz und das machen wir jeden Tag gerne. Der Hürtpark ist das Einkaufszentrum der Region Rhein-Erft. Mit 150 Geschäften, Fitnessstudio, Kino und Arztpraxen sind wir nicht nur Einkaufszentrum, sondern auch Treff und Mittelpunkt der Stadt Hürt. Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Kunden und Besucher mit uns seit fast über 40 Jahren mitentwickelt haben und zur erfolgreichen Entwicklung des Hürtparks einen großen Beitrag geleistet haben. Ein weiterer wichtiger Partner ist die Stadt Hürt, mit der wir ebenfalls auf eine langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit zurückblicken können. Und wenn ich mich hier umgucke, da ist Heimat. Heimatgefühl als Hürtter Jung. Heimatgefühl als Hürtter Jung.